Herzlich Willkommen Freunde der guten Unterhaltung, heute noch mal zu einem kleinen Promo-Video über den Populate Halo 3 Day, denn am Samstag, dem 7. April soll ja, wie einige denke ich mal schon bekannt ist, aber doch nicht allen, noch mal die Halo 3 Server bevölkert werden. Wir wollen noch mal uns ein bisschen in die alten Zeiten zurückversetzen, Halo 3 spielen und einfach nur ein bisschen Spaß haben an dem Tag und ja, ich finde die deutsche Community sollte auch mit dabei sein, deswegen hier ein kleines Promo-Video. Also teilt dieses Video auf Facebook, auf Twitter, auf Google+, überall wo ihr es könnt, schreibt eure FL auf Xbox Live eine Rundnachricht, teilt das euren Freunden mit, auch den Leuten, die vielleicht kein Reach mehr spielen und seit Jahren kein Halo mehr angerührt haben, aber damals mit Halo 3 viel Spaß hatten, allen Leuten. Und es gibt auch ein Populate Halo 3 Amelon und das besteht aus der Nummer 3 und der Anzeige oder auf Englisch der Number 3 und dem Display. Die Farben werde ich gleich noch zeigen, das ist nämlich einmal als Primärfarbe Kobalt, blau-Kobalt und die Sekundärfarben sind jeweils blau, also die Zweitfarbe und die Hintergrundfarbe sind blau. Also wenn ihr zeigen möchtet, hey, ich bin bei dieser Aktion auf jeden Fall dabei, nur deswegen, macht euch auch dieses Emblem, wäre sehr, sehr cool. Das war's zu Populate Halo 3, seid am Samstag dabei und verbreitet diese Nachricht überall, wo ihr nur könnt. Das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschau's.